Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold. So, der Florian Petzold wir und willkommen beim Podcast. Zu Gast habe ich heute den Holger Knorr von Fitlock. Lieber Holger, stell dich mal vor, bitte. Hallo Florian, schön, dass wir uns heute unterhalten können. Ja, wie du schon so schön gesagt hast, ich bin der Holger Knorr. Ich komme von Fitlock, einer mittelgroßen Firma aus Hannover mit Spezialbereich Magnetkräfte, würde ich mal so sagen. Mit Magnetkräften. Jetzt erklär das mal unseren Zuhörern, meinen Zuhörern. Was macht ihr denn da in der Fahrradindustrie? Das mache ich sehr gerne. Der eine oder andere kennt uns vielleicht schon, ohne zu wissen, dass er uns kennt. Und uns gibt es eigentlich seit 14 Jahren. Wir kommen aus dem magnetmechanischen Verschlusssystem. Das heißt, die Firma Fitlock macht schon seit 14 Jahren Verschlüsse für Schulranten, Verschlüsse für Helme, für Sportschuhe, für, ja, sagen wir mal so, fast alles. Und vor einigen Jahren ist ein schlauer Entwickler bei uns auf die Idee gekommen, er könnte mal ein Standardsystem doppeln, in eine Flasche verpacken und so die Flasche aus dem Käfig nehmen. Also wir sind gegen Käfighaltung und drum haben wir die Flasche befreit. Nein, Spaß beiseite. Das System ist halt einfach super easy in der Handhabung, hält bombenfest, ist mehrfach Enduro erprobt und einfach für jeden Einsatz richtig, richtig fein. Vorteil immer der Verschlüsse, oder Verschlüsse aber auch des Flaschensystems, sie gehen halt von selber zu. Die Magnetkraft zieht einfach was an und danach wird in irgendeiner Form mechanisch verliegelt. Okay. Ja, ich sag mal so, lieber Holger, wir beide kennen uns ja jetzt so fast ein Jahr roundabout und dann hatte ich ja auch euer System hier bei mir und ich war ja schon fasziniert. Ich hab ja auch damals mal so ein kleines Promo-Video gemacht gehabt mit eurem Tool, wo man, ich sag jetzt mal, Wasserflaschen, Bananen, was hatte ich noch reingetan? War eine Bierflasche, eine Cola-Flasche, eine Banane, eine Kiwi und was weiß ich alles. Und ich muss wirklich sagen und ich muss auch wirklich geloben, Hut ab, sehr geiles System. Dankeschön, ja. Der Uni-Connector ist so ein richtig feines Multitool sozusagen. Da kannst du halt, ja, das, was du schon beschrieben hast dreimal, natürlich die Flaschen niemals aus Glas, bitte, ist ja klar. Aber es geht halt auch viel, viel mehr. Da kannst du ja, was weiß ich, deine Regenjacke für eine kleine Feierabendrunde, man sieht ein paar Wolken am Himmel, möchte aber ohne Jacke fahren, dann haust du halt die Regenjacke klein zusammengerollt rein, Ersatzschlauch und so weiter. Also da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und alles immer auf der einen und derselben Schnittstelle. Ja, und du sagtest ja auch vorgehen, vorhin schon, ihr macht auch Verschlüsse für Helme. Also zum Beispiel, ich habe gesehen gehabt, dass auch bei meiner, bei meinem neuen Helm von Leight, da der Magnetverschluss ist für den Kinnbereich halt. Und das funktioniert für meinen Augen auch sehr gut. Aber Holger, allgemein irgendwie, wenn wir jetzt hier so ein bisschen quatschen irgendwie über euch, bist du denn selber Mountainbike-Fahrer? Ja. Also, ich würde mal so sagen, bei uns ist jeder irgendwie, Fitlock ist, ja, wir sitzen ja in Hannover und es stehen bei uns mehr Fahrräder vor der Tür als Autos. Hier bei uns im Bike-Team oder jetzt im B2C-Team fahren wir alle in irgendeiner Form Fahrrad. Wir haben ein paar Rennradfahrer, wir haben ein paar Hybride, nennen wir es mal. Damit meine ich Rennrad und Mountainbike. Dann gibt es auch ein paar, die nur Dickreifen haben und so weiter. Ich bin ja auch hier oben, als ich hier angekommen bin, an den Deister gezogen, um da halt einfach meine Mountainbike-Liebe weiterleben zu lassen. Also mein Ursprung, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ist ja der Schwarzwald. Und ich bin ja aus Liebe zur Magnetkraft, aus Liebe zum Fitlock hier hochgekommen. Und ja, da muss da ein bisschen was Hübeliges da sein. Und der Deister, ja, man sollte ihn nicht unterschätzen. Ja, das steht, glaube ich, bei uns beiden noch aus irgendwie. Ich sage das fast zu jedem hier. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Aber Hannover ist ja jetzt gerade mal nicht so weit weg von Kastrop-Rauxel, dass man natürlich auch mal im Deister vorbeischauen wird, auch kurz oder lang gesehen. Und dann würde ich mich natürlich mit dir kurz schließen und dann fahren wir natürlich eine Runde. Allgemein Mountainbikes. Wir hatten ja schon mal viele Gespräche und da sagtest du dir so irgendwie so, ja, der Deister ist schön, aber da gibt es auch illegale Trades. Und das ist ja auch momentan so ein bisschen die Problematik, was wir ja auch hier so im Ruhrgebiet haben. Da war auch was, ne? Irgendwie halt, ja, da gibt es auch so leichte Amusitäten, sage ich jetzt mal dazu. Naja, also ich komme ja aus dem Schwarzwald, aus Baden-Württemberg, wo es die glorreiche Zwei-Meter-Regel gibt. Ich muss aber sagen, dass ich, seitdem ich mit dem Fahrrad durch den Wald fahre, noch nie Probleme hatte. Also egal, wie schmal der Weg ist, ich sage immer, in Südtirol habe ich das Wort Trail-Tolerance gelernt und das ist eigentlich das Wichtigste. Man ist auf dem Fahrrad, ich bin ja auch ein Leichtgewicht mit 1,98 Meter und 120 Kilo. Wenn ich irgendwo im Weg oder bergrunter fahre, etwas zügiger, dann bin ich gefährlich für andere. Nicht, weil ich böse bin, sondern einfach, weil ich groß und schwer bin. Kenn ich. Kennst du, hast du schon mal gehört, ne? Habe ich irgendwann mal was von gehört, ganz genau. Und dementsprechend ist es einfach für mich blödsinnig. Ich brauche nicht bis auf zwei Meter an eine Wandergruppe ranballern, wie ein großer Hoffnung, die Bremsen ziehen und die erschreckt sich zu Tode. Gut, ich habe zwar keine Klingel dran, aber ich sage dann Ding Dong, Klingeling oder Achtung bitte, was auch immer. Und das in einer freundlichen, netten Art und Weise, da ist genügend Abstand heraus. Und so hat es im Schwarzwald auch trotz oder mit Zwei-Meter-Regel oder nicht einhalten dieser Regel sehr gut funktioniert. Da gab es noch nie Probleme. Genau dasselbe habe ich hier erlebt, genau dasselbe habe ich in Südtirol erlebt. Egal wo, Freundlichkeit, ja, überhaupt gegenseitige Rücksichtsame ist da, glaube ich, das Wichtigste. Und ich sage halt immer, der Schwächere hat Vorfahrt. Und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, naja, dann bin ich meistens der, naja, zumindest der Schwerere. Der Schwerere und Stärkste eigentlich. Ja, aber du sagtest gerade ein schönes Beispiel, halt so Klingelingeling, irgendwie soll man jetzt eine Klingel dran machen, ja, nein. Also ich habe Erfahrung gemacht, wenn ich Klingeln dran habe, dann erschrecken die Leute sich. So, wenn du keine Klingel dran hast und räusperst irgendwie so ein bisschen, dann fühlen sie sich auf den Schlips getreten. Man weiß also gar nicht, was man wirklich als Fahrradfahrer tun soll oder machen soll. Natürlich hier diese Freundlichkeit, die du gerade beschrieben hast, die halte ich auch ein. Also wenn vor mir Pärchen sind oder Hundebesitzer, wie auch immer, abbremsen, Schrittgeschwindigkeit halten, irgendwie ganz dezent auf sich aufmerksam machen und dann auch vor allen Dingen immer sagen, danke, dass ihr mich passieren lassen habt. Also auch deutliche Ansprache. Aber dieses mit der Klingel, das finde ich immer so, machst du jetzt eine dran, dann erschrecken sie sich irgendwie, wenn du klingelst. Wenn sie keine dran haben, bölken sie dich an. Ja, also ich mache schon keine ran, weil ich es einfach nicht so schön finde. Aber das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Ich finde tatsächlich dieses persönliche Ding-Dong-Sagen oder Entschuldigung oder was auch immer, wenn ich auf einem kleineren Weg fahre und ich sehe weiter ferne Leute, dann fange ich direkt an, mich proaktiv zu entschuldigen und erzähle halt, wenn ich hier oben im Norden mit einem leicht schwedischen Ansatz erzähle, dass ich mich einfach hoffnungslos verfahren habe und da gelandet bin, dann ist da auch keiner böse. Also man muss halt ein bisschen kreativ sein. Und wie gesagt, nicht laut rumschreien oder sowas, sondern langsam anpirschen und dann mal auf sich auflangsamer an. Okay, okay, dann mache ich dir nächstes Jahr eins im Ruhrgebiet irgendwie. Dann, wenn ich da so eine Gruppe sehe, dann fange ich an. Entschuldigen Sie bitte, ich komme hier aus Sachsen, ich kenne mich hier nicht aus. Tut mir echt leid irgendwie. Ja, ich weiß nicht irgendwie, ob die dann hier im Ruhrpurt so gut auf die Sachsen zu springen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Schwäbisch, das mögen alle. Ja, Schwäbisch kann ich nicht. Ja, kommst du vorbei, wenn wir den Dice da hochkriechen, haben wir Zeit, dann machen wir einen Crashkurs. Dann kriege ich einen Crashkurs. Sehr schön, sehr schön. Was fährst du denn für ein Fahrrad? Naja, ich bin ja in die Jahre gekommen. Ich bin ja jetzt 43 und habe ein leichtes, dezentes Gewichtsproblem. Ich bin seit zwei Jahren stolzer E-Bike-Fahrer und habe mir ein Montraker Level zugelegt. Ja, ich habe mir gedacht, ein schlechter Fahrer braucht viel Federweg. Und dementsprechend habe ich mich für ein E-Enduro-Bike entschieden, weil ich einfach sage, naja, wird schon mehr Fehler verzeihen. Dann hat er sich wirklich ein E-Bike geholfen, E-Bike, und ich mit 44 demnächst kauf mir ein Öko-Bike. Nimm dir mal ein Beispiel da ran. Ah ja, ich entschuldige mich direkt bei allen, die mich deswegen hassen. Nein, Quatsch. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich jobmäßig relativ oft nicht zum Fahrradfahren komme. Und dann ist es einfach so, mir fehlt die Zeit zum so regelmäßig Sport machen, dass ich wirklich einen positiven Effekt merke. Und dann sage ich, ist halt der Support. Mir macht es halt einfach mehr Spaß, wenn ich dreimal einen Trail fahren kann und noch einigermaßen laufen kann danach und mein Fahrrad putzen kann und danach noch ein Bierchen trinken kann. Dann fühle ich mich einfach besser, als wenn ich halt nur anderthalbmal irgendwo runtergefahren bin, beziehungsweise beim Runterfahren schon so kaputt bin durch den Anstieg, dass nichts mehr funktioniert. Und das war so dieser Entschluss, wo ich gesagt habe, naja, ich probiere es mal aus. Dann habe ich es ausprobiert und festgestellt.